hallo youtube und herzlich willkommen hier ist wer da war zu einer runde star wars bette von überleben auf der auf der karte tatooine mit dabei habe ich den tempo ich grüße heute ja dann übernehme ich jetzt erstmal mal und ja wie gesagt er hat mich ja schon im letzten ich war heute fertig du sollst dich nur vorstellen ich war heute fertig gut dann gebe ich noch mal ab ja wir spielen das überleben jetzt weil wir Early Access haben wir Early Access können wir star wars bette von zehn stunden vorher spielen wir sind jetzt erst auf mein dritt account ich bin auf mein zweiter account drauf so wir spielen auch schwer kriegen wir dann 600 credits dazu und wenn wir ohne sterben kriegen wir 1000 credits dazu wir schaffen so das ist erst die frage so ja jetzt gebe ich weiter an sieben ihr habt mich auch schon gestern im live commentary gehört was ja auch schon oben ist mittlerweile war gestern relativ spontane sache dass ich das machen habe ich schnell aufgenommen bearbeitet und zusammengeschnitten und dann auch heute morgen dann auch fertig hochgeladen ja wie gesagt jetzt sind wir in der Coop Kampagne wir waren uns halt nicht sicher ob es gibt hier eine Coop Kampagne es gibt eine Coop Kampagne das ist so wie ich bei dir ja genau wie überleben aus Perf Duty gibt es das ähm ja das spielen wir jetzt mal hier wir haben beide noch nicht reingeguckt deswegen bin ich mal gespannt ich kenne das von Sentinel ich kenne das nur von Sentinel das will ich dir jetzt schon mal sagen weil wir das schon mal so abgetestet haben das was nimmt so für mich da oder Plünderer ich wehre wie und wenn ich die Idee hatte der Erfacher von damit an aber ich sehe ich kann ja alle Waffen nehmen ja ich muss auf die Warten ich hab die EF von den Sturmtruppen ja ich hab dann hier am Ende ich hab dann nicht da genommen mit Schild weil wir ja schon eine andere Spieligkeitsstufe spielen da musst du auch gleich da bei in der Traum war da das ist jetzt auch schon bisschen mehr aus wie die nicht so wie bei den anderen Spielern sagen wir nur als Beispiel welches war da sieht nicht mehr so identisch mehr aus Star Wars Battlefront 2 habe ich auch immer gespielt auf dem PC ja das ist jetzt so wie ein Überlebensmodus da musst du fünf Runden überhaupt leben ist aber so wie eine Kampagne und Gegnerkomponenten warte mal ja genau, ich hab den Multiplayer, habt ihr ja auch im Gameplay gesehen da gibt es auch hier diese Bewegungsindikatoren dann deren Anteil, wo die nicht mehr herkommen geh mal weg von hinten kommen sie jetzt gleich auch jetzt muss mal kurz Pause, ich muss meine Geschwindigkeit nochmal schnell ändern das war dann die erste Bände so das war dann die erste Bände 15 Wellen 15 Wellen nächste Welle kommt jetzt schon da kommen sie schaut wieder Vorsicht Schocktruppen mit schweren Blastern ich sehe hier ja ich bin hier oben gerade, siehst du mich? kann ich nicht wo du bist? ah ja da oben, gut ja es sind natürlich relativ schnelle Wellen aber 15 Wellen sind natürlich auch schon ein bisschen fast da kommen welche wir haben die erste Kapsel lokalisiert sicher das Gebiet und bringt die Kapsel in Sicherheit ich gehe da hin für beißt wenn da einer hinten macht geht oder? ja wir sichern die Rettungskapsel warte mal ATS aha aha was ist das auf RB was ich da habe? ist ein Saatengeschützt Alter ich bin hier Tutschut gebraucht da schieß mal rauf, das ist so ein EMP Teil ich bin hier oben drück mal Y wenn du nicht überlebst wir haben die Rettungskapsel ich bin hier oben, ich habe ihn gleich hab ihn ja ja oh Infanterie geschützt da liegt der Schmerz ein anspruchvoller Aufgabe es wird ein bisschen schwieriger aber ich bin mir die schwerste Stufen oder ich bin ein Schmerz erster Meister extra leben haben wir mehr bekommen wir auch von allen Seiten ich bin bei hinten auch hinter mir du musst mit dem mir gucken gehen nach hinten ab bei mir helfen genau du musst immer so machen dass sie dich nicht kriegen können von rechts kommen die da von rechts hab ihn unsere Verteidigungslinie da liegt noch was auf dem da sind Fällen da oben da oben da oben da oben da oben da oben ab auf dem der das verhäte die Noch nicht. Ich hab gerade noch eine Hülle damals. 4% Ja, jetzt bin ich da. Ich hab was aufgehoben. Es geht immer Hoffnung. Vergessen Sie das Niek! ... ... ... Was? Eine knalligose Leistung. Sie haben sie zurückgeschlagen. Vorläufig. So... eine von diesen Bergungsobjekten haben wir jetzt schon mal vielleicht sehe ich noch irgendwo was ah da, da oben ist was siehst du das? ja ja oh, da kommt alles wieder hin ja ich gehe hier weiter du hinter uns neuer ATSC geordet ja ATSC in der Zone ich hole dieses Teil, ok? oh, da kommt der ja ja, mach du der ist gerade bei uns bei mir in der Coole ich schieße gerade noch ein bisschen drauf, also ich habe hier wieder die Rakete weil ich habe es jetzt schon, aber ich spars noch jetzt der erste, der erste ist der letzte warte warte, ich muss da mal kurz hoch wo ist der? unten in der Coole der ist doch markiert der ist doch markiert die Scanner zeigen noch mehr imperiale Einheiten im Anmarschen ich habe noch was aufgesammelt das wollte ich auch hier zu der Kastel ich hole mir gerade noch ein Leben, ja ich hole das ich hole das wie viel hast du noch? ich habe, wir haben beide gleich viel das ist unser Leben so, okay gemeinsam hinter mir kommen sie überall kommen sie siehst du irgendwelche Teile in der Luft hin? da ist eine Alter ich bin überraschen wenn diese Teile mit den Schäden hoch springen dann schießt du auf ihn, ok? ja 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 bis dahin in die Plus eine Ladung bekommen ich werde nicht dafür hey, bist du mit der Arschen? ich sehe so ein Teil wieder so eine Bärungsteil dann gehst du da hin wir haben die Rettungskapsel geworfen alle mal bereit machen also auch von hoch jeden von mir ja, die schießen auch richtig hoch oh oh versteckt ich mal ich glaube auch so rum, dass du mich nicht kriegen kannst ich sage immer auch Sachen aus ich bin gleich bei dir ich bin gleich bei dir ich werde auch diese Bärungsobjekte alle sammeln Scheiße, Kapit Alter, warum ist der so rot markiert? Kannst du nicht, dass der ein bisschen mehr schluckt Wenn es einer rot markiert ist, dann schlucken die auch ein bisschen mehr Hab ihn aber Hab einen Pass auf, pass auf von den Schocktoten Alter, wie willst du mich denn tragen? Noch 10 Minuten Da hinten sind es 3 Stück Schaffst du aber alleine, oder? Schaffst du alleine, oder? Bleib hier stehen und warte hier Da hinten sind auch 2, da geh ich mal hin Da eine Oh, hier sind jetzt aber einige Na die Schaffst du? Das ist ein bisschen Schaffst du? Schaffst du? Warte mal, ich, versuch ihn, geh mal weg. Nein, 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 nein. Pass auch auf, dass keine Gegner aufpassen. Ach du Scheiße, zwei von den Viechern auch noch. Ich nehm den hier oben bei mir, nehm du den unten in der Kohle. Nein, ich nehm den, den anderen, der weniger, der da, nein, der ist noch nicht dauer. Schieß auf den. Ja, hab ich. Warte, da ist einer. Ist da und da. Wo ist der andere? Bunden in der Kuh, glaube ich, wieder. Ne, der ist auch da oben jetzt, wo ich suche es recht von mir. Ich geh grad mal eben auf die Kapsel. Lass die Karte ja nicht mal. Ich suche grad die Sachen. Bald ist die Rettungskapsel in der Hand der Rebellion. Bin grad auf der Suche nach was hier. Hier sind irgendwelche Punkte, wenn man auf der Karte zu sehen. Ah, da ist es nicht. Über mir ist es. Warte, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Na ne, egal, egal. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Brägt dich nie auf. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich hinter dir. Unter mir jetzt. Hinterlaufen. Hab ihn. Hab ihn jetzt halt. Unglaublich. Aber die größte Herausforderung kommt noch.